Menschen bewegen, Welt verändern, als Salz und Licht. Hoffnungsgeschichten 100 Mal von Gott bewegt Ein Podcast der Allianz-Mission Gottes Liebe in der Gemeinschaft Unser Team vor Ort berichtet aus Südostasien. Grace ist eine Evangelistin durch und durch. Als sie das Café in unserem Hausprojekt managte, entschieden sich infolge ihres Zeugnisses allein in einem Jahr sieben junge Menschen für ein Leben mit Gott. Auf der anderen Seite erlebten wir auch, wie angegriffen Grace war. Finanzielle Nöte, familiärer Druck, Selbstanklage, Unstetigkeit, Sorgen und dann auch noch der harte Lockdown. Grace verfiel in eine Depression. Sie grenzte sich ab, war motivationslos, hatte kein klares Ziel mehr vor Augen. Doch Gott gebrauchte viele Glaubensgeschwister, um für Grace zu beten, sie zu begleiten, ja, sie zu lieben. Dass sie mit ihren Nöten nicht allein ist und viele Geschwister hinter ihr stehen, zeigte sich bei ihrer Hochzeit, bei der viele mithelfen und tolle Programmbeiträge beisteuerten. Ja, in Gemeinschaft lernen Menschen Gottes Liebe kennen. In Gemeinschaft werden Menschen geliebt und aufgefangen. 1. Johannes 4, der Vers 11 Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben.